Nur der Creeper, klar. Doch, es ist nur kein Scherz, es ist nur der Creeper hochgegangen. Minecraft? Ich hab doch noch mein Schild gezuckt. Statt's wegzurennen. Was macht der Junge? Zieht das Schild? Und dann ist das Minecraft nicht mal unten, das ist noch deprimierender. Sicherheitsrisiko. Thomas, wo ist das Minecraft denn? Wir werden es auch vermissen. Also, ernst? Ja, ich hab genügend Eisen und Mambus zu machen, aber... Ich hab grad ne Midlife-Crisis. Ich sollte nicht sagen, das ist Midlife, das ist Endlife. Dann geht's dir genauso wie Sicherheitsrisiko. Digga, hier ist ein Voll-Gold-Zombie und daneben ist ein Voll-Bronze-Zombie. Es ist... Es ist... Es ist... Stylisch. Es passt immer noch nicht fertig. Oh... Nein! Ah, die dort Angst! Effizienz... Mann, Günther, geh doch hier in dein Häuschen rein! Junge ist ja auf Speed! Junge ist ja auf Speed! Sehr... Also... Es ist ja unmenschlich! Wenn du es schon einmal angegriffen hast. Hier ist viel zu viel los. Nicht, dass ich mich drüber beschweren soll. Nein, ich hab meine Katze geschl... Gefickt! Was... Was will ich damit? Ach nee, fuck, du wolltest ja... Daniel, Thomas! Ja, ja! Daniel, kannst du mal Kohle bei dir in den Ofen feuern? Was für Schwule? Was? Kohle! Ich soll Schwule in den Ofen feuern! Ja, in deinen Apfelofen sollst du ein paar Schwule rein vorbrennen! Nee, was... Was soll ich in den Ofen feuern? Kohle, alter Kohle! Meinetwegen auch Sticks! Meinetwegen auch deine Rüstung! Meinetwegen deine Ehre! Ach nee, da bringt ja nichts! Die ist ja schon leer! Bam! Ich hab gar nichts! Da muss ich ihm recht geben! Alter Junge! Ich werd vom Spiel... in der Luft... gefickt! Ja, ich auch! Ja, ich hab voll in den Arsch! Ich werd auch in den Arsch gefickt! Alter, wenn's nur mein Arschloch wär... dann wär das nicht mal das Problem! Da wird nur die Rosette glühen! Dinge, die man bei der Date Night und dem Matheunterricht sagen kann. Hm.